Heute möchte ich euch die letzte 20 Euro Münze für 2018 vorstellen. Aufgrund der Bearbeitung des Adventskalenders für dieses Jahr kommt dieses Video hier etwas später als geplant. Und zwar die 20 Euro Münze zum 100. Geburtstag von Ernst Otto Fischer. Die numismatischen Daten sind wie eh und je, Material der Münze ist 925er Silber, das Gewicht beträgt 18 Gramm und die Münze hat einen Durchmesser von 32,5 Millimetern. Da ich selbst keine wirkliche Ahnung von Chemie habe, möchte ich an der Stelle einen kleinen Auszug von Wikipedia zitieren. Ernst Otto Fischer war ein deutscher Chemiker, erklärte 1952 die neuartige Struktur des ein Jahr zuvor entdeckten Ferrosens auf und synthetisierte einige Jahre später das Dibenzulchrom. Bis zu Fischers Entdeckungen spielte die Chemie der Komplexe von Metallen mit Kohlenwasserstoffen nur eine untergeordnete Rolle. Das an der Stelle für alle Fans der Chemie. Ich muss zugeben, dass ich davon überhaupt keinen Dunst habe. Ich erfreue mich da hingegen mehr an der Münze. Damit sind für dieses Jahr alle Neuerscheinungen durch. Und wir sehen uns dann im Januar nächsten Jahres mit der nächsten deutschen Münze wieder oder auch gern zum Münz-Adventskalender und noch ein paar anderen Videos, die dieses Jahr erscheinen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zusehen und bis zum nächsten Mal.